Ich begrüße euch ganz herzlich zur Botschaft für die sechste Rauhnacht und heute geht es um das silberne Mondlicht. Achte auf deine Intuition, vertraue deinem Bauchgefühl. Verbinde dich heute mit dem silbernen, funkelnden Licht des Mondes und der Sterne. Silber ist die Farbe des Lichts der Intuition und Harmonisierung. Lege deine Hände auf deinen Bauch, tritt in einen guten Kontakt mit dir selbst. Stelle dir vor, wie ein silberner Lichtstrahl dich umhüllt. Atme das Licht durch den Bauchnabel in deiner Vorstellung tief in dich ein. Spüre bei jedem Atemzug, wie es in dich strömt und sich beim Ausatmen um dich herum verteilt. Bleibe so lange in dem silbernen Licht, bis du vollkommen aufgeladen bist. Achte heute auf deinen Bauch. Zieht es dich zu einer Situation hin oder drückt es dich von einer Situation weg? Meine starke Intuition führt mich zur richtigen Zeit, an den richtigen Ort, um das Richtige zu tun. Ich vertraue auf mich. Und damit wünsche ich euch eine schöne sechste Rauhnacht. Ciao! Ciao!